Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück in einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Land Erkundungsteam, Himmel. Ahem, noch einmal kurz die Zusammenfassung. Es sieht jeder über seine Aufgabe heute im Plan. Oh, Dona, bitte. Ja, wie? Ich bin sowas von bereit. Gut, die Leute, die nach dem verborgenen Land forschen und diejenigen, die das Wort im wahren Stande der Dinge verbreiten, Ich erwarte von euch, dass ihr eure Teams der Aufgabe entsprechend organisiert und loslegt. Packen wir es gleich an, Leute. Hurra! Wir müssen zur heißen Quelle gehen und den weißen alten Kudel nach Informationen fragen. Wir sind zum ersten Mal durch die Wasserfallhöhle zur heißen Quelle gelangt. Machen wir uns auf den Weg zur heißen Quelle. Aber erst mal Items lagern und natürlich... Ja, ist okay. Und natürlich endlich wieder Harro mit ins Team holen. Ah, endlich. Endlich ist Harro wieder dabei. Meine Güte. Der hat jetzt erst mal ein paar Level aufzuholen, du. Der hat erst mal ein paar Level aufzuholen. Heilige Scheiße. Und dann... Erst mal... Äh... Geld mitnehmen. Genau. Damit wir gleich erst mal... Ja, und gleich erst mal das Lager ausmisten. Oh! Lager ausmisten und Items allgemein ausmisten. So alles... Nee. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hier rumschluchzen, sondern stark bleiben. Es tut mir leid, Lager ist voll. Ja, ich weiß. Hä? Warte mal. Warum kommen wir... Was? Nein? Nehmen? Ach du... Kein Platz? Oh Gott. Wir haben weh... Alter. What the fuck? Verkauf ihn. So. Gut. Was haben wir denn so? Wir können... Erst Ausdauerband verkaufen. Spezialband. Da Spezialband. Wir können... Mh... Die Amarena-Biere verkaufen. Den Grimsan, Gusto-Samen, Warbsamen. Noch ein Warbsamen. Äh... Von den... Attacken... Tarnsteine brauchen wir nicht. Und Bodyguard nicht. Ich weiß nicht, was Aufbereitung ist. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Angst Orb. Verwandelt Pokémon brauchen wir auch nicht. Wandel Orb. Teleportiert Gegner zur Treppe. Warum denn die Gegner? Raub Orb. Wirbel Orb. Die ganzen Boxen behalten wir. Äh... Ja. So. Dann können wir jetzt erstmal... Ho! Boah! Nehmen. So. Äh... Wir können ein... Zwei Börsef-Schalen nehmen. Das Goldband. Drei Kraftbänder. Zwei Bärsinnbänder. Spezialband. Noch mehr Spezialbänder. Spiralbänder. Äh... Das behalten wir mal alles. Slime-Kost. Ach, können wir nicht mehr nehmen. Okay. Nehmen. Ja. Gut. Lagern. Jo. Das, 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 das. Das, 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 das. Die ganzen Boxen. Oi, oi, oi. Lagern. Jo. Nehmen. So, drei Kraftbänder haben wir. Das ist richtig. Das brauchen wir auch. So. Ähm. Genau. Die ganze Slime-Kost können wir verkaufen. Äpfel behalten wir. Azugumi behalten wir. Amrena-Beere verkaufen. Fragiar-Beere verkaufen. Pirsif-Beeren behalten wir. Sindelbeeren auch. Haben wir irgendwie... Gibt's eine Plagiat? Plagiat? Ist das Plagiat? Keine Ahnung. Von Pirsif-Beere? Ich weiß es nicht. Flaresamen können wir auch mitnehmen. Jo. Äh. Jetzt erst mal lagern. Denn... Genau. Die ganzen Boxen können wir lagern. So. Okay. Lagern. Dim-Dim-Dim-Dim. Jetzt nehmen wir noch etwas. So. Genau. Erst mal sortieren. Gut. So. Flaresam, 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 Grimmsam. Das, 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 das. Okay. Mehr können wir nicht nehmen. Nehmen. Oh. Wir können erst mal... Oh. Schön unser Lager aus... Oh. Das ist so schön. Alles verkaufen. 7.000. Oh. Schöne Sache. Ja. Gerne. Aber wegen dem Goldband halt auch, ne? Das bringt ja 2.000 oder 3.000. So. Dann können wir jetzt weitermachen mit den ganzen Samen hier. Dann hier die ganzen Samen. Die ganzen Samen. Oh Mann, ey. Tipp-Alex hier. Gut. Bärenkräfte. Blitz verkaufen wir. Ich wollte gucken, was Aufbereitung macht, ne? Repariert eine genutzte TM. Das ist... Die, die Attacke behalten wir mal. So. Können wir zweimal Durchbruch lagern. Einen Energieball können wir lagern. Erholung. Explosionen brauchen wir auch nicht. Vorgeschoss bald. Ich meine, so Kalle auch. Reflektor. Taucher. Vakuum ist cool. Die ganzen Orbs. Was ist das? Appell-Obs nochmal. Ruft die Mitglieder herbeiz. Ah, die behalten wir mal. Ist gut. Das ist jetzt... Ne. Chaos-Obs verwirrt Gegner. Beschleunigt das Team. Steinert Gegner im Raum. Ja, gut. Das kann man... Ich werde die Orbs eigentlich sowieso nicht mitnehmen. Abgesehen von einem Flea-Orb und vielleicht dem Mobil-Orb oder was sie wieder hieß. Sonst brauche ich davon eigentlich nichts. So. Ähm, weiter. Nehmen. Ah, wir waren gerade den ganzen Orbs. Genau. Storn-Orb. Flea-Orb behalten wir. Oh Mann, haben wir viele Flea-Orbs. Köder-Status brauchen wir auch nicht. Konter brauchen wir auch nicht. Lehm-Orb. Meliori-Orb. Lässt Flüssigkeit vertrocknen. Oh, Meliori-Orb behalten wir auch. Der ist auch gut. Mobil-Orb, Modi-Orb können wir verkaufen. Äh. Ortet Pokémon. Äh. Ortet Items. Lass Gegner einschlafen. Äh. Streuer-Orb. Äh, Streu-Orb. Okay. Tempo-Orb. Beschleunigt Team. Treffer. Vortreffer-Rate. Warb-Orb behalten wir auch noch mal. Die sind auch ganz cool. Wechsel-Orb brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wirbel-Orb. Wurf-Orb. Okay. Jetzt kommen die ganzen Boxen. Gut. Dann war's das. Ja. Jo. Und. Oh. Verdammt. Jetzt hab ich falsch angeklatscht. Äh, quatscht. Egal. Alles verkaufen. Jo. Ich guck mal, was das zu verkaufen hat. Äh. Explosionen. Äh. Brauchen wir alles nicht. Okay. Und er hier hat hoffentlich Belebersamen Angebotsungen. Ja. Zwei Stück sogar. Und ein Silbergummi nehmen wir auch gern mit. Jo. Kostet zwar ein bisschen was, aber egal. So. Lagern. So. Erstmal alles lagern. Oh man. Ja. Das wird ein relativ langweiliger Ort. Äh. Ort? Äh. Weil ich jetzt auch die ganzen Boxen noch alle. Einmal. Äh. Ja. Entwickeln werde, sag ich mal. So. Ah. Vielleicht spule ich das auch vor, das ganze Entwickeln. Weiß ich nicht. Guck ich mal. Hallo. Ja. Hallo. Xato. Ist es lange her. Ja. Ich weiß. Cooler Ortbox, yo. Hey. Oh, was ist drin? Eine Speziale, okay. Was ist da drin? Hightailied, okay. Muss ich mal gucken, was man die ganzen iTunes machen kann. Anfettzahn. Yeah. Und so hat es sich offenbart. Ah, Kinoso-Karte. Mein Handy-Bling, was ist denn das? Ah, ich hab's, was. Cool. Ist da wieder drin? Orange-Kommisch. Oh, schön. Orange-Kommisch. Das ist ja nice. Und so hat es sich offenbart. Boje-Litzahn. Cool. Ich weiß halt echt nicht, ich muss die ganzen iTunes machen. Für bestimmte Pokémon sind die meisten wahrscheinlich. Zum Beispiel Neko-Karte ist wahrscheinlich für Neko. Und, äh, macht irgendwas, keine Ahnung. Heile-Bunch. Cool. Haha, die ganze Neuart-Druck, ey. Bodyguard. Cool, brauchen wir auch nicht. Mann. Bodyguard können wir verkaufen. Ja, sogar Spezial-Band, glaub ich. Tutto-Karte. Haha, geht das nicht irgendwie? Kann man das nicht irgendwie? Weiß nicht. Verschmellen oder so, ich weiß es nicht. Ich hab mich drauf geachtet, was drüber scheiße. La la la. Heile-Samen. Yeah. Oh, ein schöner Samen. Ich brauch diesen Samen auf jeden Fall. Teddy-Klaue. Cool. Wahrscheinlich für Teddy-Urse oder so, würde ich sagen. Flup-Klaue. Für, für Flup-Lup. Flup-Tau war das, glaub ich. Flup-Tau, weiß ich nicht. Stärker für Flup-Lup auf jeden Fall. Kinoso-Karte haben wir auch schon. Ein paar Malone. Und, Aero-Aus. Das ist schön. Das können wir uns wieder Knacki umbeibringen. Wenn das nicht geht, dann. Labrass-Lied, okay. Sheldhorn. Für Sheldrave, würde ich jetzt mal sagen. Noch mal Sheldhorn, Alter. Dreimal miteinander. Was ist denn das? Ich kann bald nicht mehr A drücken. Beleba-Beleba-Beleba-Samen. Nice. Beleba-Samen ist schön. Ich hab immer nur erwartet, dass man irgendwie, weiß nicht, diese, ja, diese blauen Items da. Diese Wurf-Montifizipischen Items bekommt. Aus solchen Boxen sind nicht auch normale Items. Rab-Karte für Rab-Hauts, würde ich jetzt mal meinen. Ja, macht irgendwie Sinn, finde ich. Schwarz-Gummi. Okay, wie viel haben wir denn noch einmal? Shotwell. Shotwell ist auch nicht schlecht. Shotwell ist ein ganz guter Tag, eigentlich. Kinoso-Tau. Okay. So, mach das nicht. Boink-Karte. Für Wohin genau, will ich mal sagen. Und was noch? Ah, noch ein paar Aeroas, Alter. Das ist cool. Bits. Oh, schön, ja, Bits. Geil. Das ist was, was wir unbedingt brauchen. Hm, Bits. Tschö. Wohin-Karte. Für Wohin-Nuna, würde ich jetzt mal sagen. Geh weg. Danke. Oh, wir sind fertig. So, jetzt nochmal alles lagern. Lagern. Zack, alles lagern. Jo. Nehmen. So, was haben wir denn hier? Äh, das Heilband können wir... Ah, komm, davon haben wir nur eins. Ist okay. Was können wir noch? Wir können ein Spezialband verkaufen. Genau. Hm. Heilsam können wir auch verkaufen. Einmal Aeroas. Obwohl, nein, Aeroas behalte ich mal. Ne, ja. Einmal können wir verkaufen. Dim, dim, dim. Hm, 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 hm. So, irgendwie werden wir... Ja, genau. Kinoso-Karte haben wir doppelt. Kinoso. Erhöhltig mit Selbstverteidigung. Wer weiß, ich habe heute aufgefangen. Teammitglieder davon profitieren. Kigui-Kigui und Kinoso. Wow. Äh, Shellthorn haben wir zweimal. Magma-Klaue haben wir noch zweimal. Okay. Mitnehmen, genau. Ich will noch mal die restlichen Items angucken hier. Magma-spezifisch. Ja, das ist alles spezifisch auf das Pokémon abgerichtet, ne? Macht aber nicht irgendwie... Haben wir nicht irgendwie... Heitai, was ist Heitai eigentlich für Pokémon? Ach, Heitai? Ah, Heitera. Okay. Heitera. Fione. Ja. Schade. Ich hätte erwartet, dass es vielleicht auch irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwas anderes noch bringt. Wollte ich alles verkaufen, was ich hier jetzt habe? Ja, ne? Ja, genau. Äh, so. Ja, verkaufen. Schöne Sache. Gut, und jetzt können wir uns wieder ausrüsten. Nehmen. Wir brauchen die drei Kraftbänder, genau. Dann nehmen wir den Eisendorn noch mit. Nehmen wir mal noch zwei Äpfel mit. Die ganzen Gummis können wir mitnehmen. Ein Pösef... Ein Pösefbiere. Drei Sienelbeeren. Belebersamen. Zwei Top-Alex-Tier und... Immer vorsichtshalber ein Fliehorb. Und ein Appellorb nehme ich jetzt auch immer mit. Das macht schon... Ja, das ist... Ist okay so. Gut. Dann würde ich sagen... Super den Part. So. Ja. Ich bin froh, es ja nicht zurückzuhaben. Ich habe sofort was zu besorgen gemacht. Warum offenbar abwesende Entscheibe... Ei prüfen. Hä? Was? Ei? Das macht das... Tut das... Kann das... Wird das... Manu? Was? Das Ei. Es schlüpft. Ein Has... Oh, wie süß ein Hospiro. Was wirst du tun? Ja, klar werden wir das Hospiro ins Team aufnehmen. Aber es wird keinen Spitznamen bekommen. Glücklich im Team zu sein. Äh, ist jetzt aber nicht... Ne, gut. Äh, gut. Wir können noch die Kraftbänder geben. Doki. Dragon. Haru. Die Gummis können wir auch hier vergeben, ne? Orange Gummi. Genau. Dragon. IQ steigt. Überlebenskünstler. Cool. So, Schwarzgummi und Silbergummi. Ja, gut. Äh, genau. Ich wollte auch den IQ einmal prüfen. Wir haben jetzt zwei auf der Seite. Drei auf. Was macht Überlebenskünstler? Äh, kann ich den Magen noch weiterführen? Das ist gewöhnlich. Es kann dazu den negativen... Besser widerstehen. Okay, cool. Das ist cool. So, Haru hat nicht mal eine weitere Seite. Ei, ei, ei. Azugummi essen. Haru. IQ steigt. Schöne Sache. Haru. Ah, okay. Loyal. Das ist gut. Loyal ist okay. Gut, okay. In das Dojo müssen wir auch irgendwann nochmal reingehen, ey. Hei, hei, hei. Um noch so viel zu erledigen. Naja. Dim, 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 dö, dim. Ich will nochmal kurz an den Strand. Vielleicht ist dort eine Flasche in Post. Ja, nice. Hier ist eine Flasche. Äh, sieht so aus, wie es sein soll. Möchtest du sie rausholen? Ja. Rette Duflor. Mit einer Fragezeichen. Belohnung. Das nehmen wir doch gerne. Vielleicht kriegen wir wieder ein Ei. Oder vielleicht will Duflor. Uns auch beitreten. Obwohl ich Duflor nicht ausstehen kann. Ich hasse dieses Pokémon. Sieht so verdammt eklig. Und bah, aus. Okay. Ja, Wasserfallhöhle. Jo. Dahin wollen wir. Was mir gerade so eingefallen ist. Warum müssen wir die ganze Wasserfallhöhle jetzt durch... Oh, Mann, Mann. Irgendwas ist mit den Farben anders, oder? Habe ich irgendwas... Fenster, Rahmen Typ 1. Genau. Kann man hier nicht die Farbe anstellen? Oh. Also, ist ein bisschen doof mit den Farben. Was habe ich... Habe ich irgendwas geändert? Ich weiß, es ist nicht mehr. Verdammt. Scheiße. Es sieht verdammt scheiße aus. Ich weiß nicht, ob das... Ja, in der Aufnahme sieht es auch so aus. Kann auch sein, dass einfach nur meine... Bildschirmkabel locker sind irgendwie. Und dadurch die Farben nicht ganz geladen werden. Oder es ist wirklich irgendwas mit dem Emulator los. Was ich nicht hoffe. Wenn ich das Video hochgeladen habe, gucke ich mir das einmal übers Handy an. Und gucke mal, ob das dann... Ob das da auch noch so schlimm ist. Hei, hei, hei. Ein Klargummi. Äh... Hi, Tims. Klargummi essen. Hallo. Yeah. Äh... Es ist ein bisschen... Nervig. Würde ich jetzt mal sagen. Komisch. Sieht es auf jeden Fall aus. Ja. Es ist... Ja. Schlaforb, Radarorb. Cool. Können wir gleich verkaufen. Zack. Oh Mann. Das ist echt nicht cool. Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich echt aus Versehen irgendwas am Emulator umgestellt. Oder es wurde automatisch irgendwas umgestellt oder so. Ich muss mal... Wow. Sieht ja echt verdammt scheiße aus. Das ist echt nicht cool. Oh Mann. Ja, der Part ist eigentlich gleich vorbei. Aber... Da ich das ja vorgespult habe mit dem... Mit den ganzen Sachen auspacken da. Äh... Mit den Boxen. Ist das okay. Dann kann ich ein bisschen länger machen. Weil... Ja, durchs Vorspulen wird die Zeit ja sowieso verringert. Orange Gummi. Haru. Nein, Dragon meine ich. Steigt merklich. Ey, das ist super. Taubsam. Okay. Uah. Ah. Ja. Entweder muss ich gleich rülpsen oder ich habe Schluck auf. Beides wäre nicht cool. Oh. Der Ernst. Ich will nicht schlafen. Komm. Gibt es nicht eine IQ-Fähigkeit selbst, Tyler? Ich glaube schon. Ich will sie haben. Ha, ha, ha. Da, 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 da. Hallo, Quapsi. Zack. Verdammt. Ich komme nicht an den Plosiv-Samen ran. Jetzt komm. Danke. Wieso verbrauche ich eigentlich meinen Biss? Meine AP für Biss, genau. Ich kann die ja eigentlich alle so warnen hinten. Komm, irgendwo... Dein Ernst? Oh, warte mal. Nein, 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 nein. Ich muss zurück. Ich dachte, da unten ist ein Weg. Nein, hier ist auch nicht die Treppe. Ist die echt hier oben? Ja, auch komm, dein Ernst. Aber wir sind fertig. Heiße Quelle. Yeah. Gut, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir mit Kutel reden... Obwohl, nein, das können wir noch in den Pub machen. Oh, mein Jungfreunde. Das ist eine Befehl... Bestenfalls lückenhafte Überlieferung von Mund zu Mund erzeugt erzielt. Äh, macht nichts. Bitte erzähl sie uns. Selbstverständlich. Ich kann euch nur erzählen, was ich weiß. Das verborgene Land liegt jenseits des Ozeans. An einem versteckten Ort, so geht die Geschichte. Ein versteckter Ort? Ja, das verborgene Land erlaubt nur, den Auserwählten zu finden. Um dorthin zu gelangen, muss man über bestimmte Qualifikationen verfügen. Äh, oh, ein Ort, zu dem nur jemand mit richtigen Qualifikationen gelangen kann? Okay, Kutel. Äh, was sind denn das für Qualifikationen? Das sind... Äh... Ja, ähm... Äh, was war nochmal die Qualifikationen? Äh... Das ist eine gute Frage, tut mir leid, aber es wird fallen. Oh nein, hast du... du hast es vergessen? Bitte, Kutel, bitte erinnere dich. Es ist wirklich wichtig. Äh, ihr sagt das so leicht, aber... Äh... Oh ja, das war es. Ihr braucht einen Nachweis. Ja, ihr braucht irgendeinen Nachweis. Ja, das war es, ein Nachweis. Äh... Ein Nachweis? Ein Nachweis worüber? Äh, ja, das war ein Nachweis über... Äh... Ja, gut, äh... 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 Sei mir nicht böse, ich habe es wieder vergessen. Äh... Ja, was? Du kannst dich nicht daran erinnern? Ja, es tut mir leid, euch täuschen zu müssen. Äh... Na gut. Kannst du dich noch an irgendwas anderes erinnern? Nein, das war alles. Vergebt mir, Kinder, falls ihr ein... Äh... Falls mir einfallen sollte. Ich halt von nachweisbar braucht, lasse ich es euch wissen. Ja, bitte, danke, Kutel. Wir sollten zurück zur Gelde gehen, Doki. Jo. Machen wir. Aber hier beenden wir den Part, Leute. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.